Wir alle dürften es mittlerweile mitbekommen haben, Rezo bekam eine Ansage von Torik, weil dieser in einem Video von Rezo vorgeführt wurde. Er selbst bezeichnet sich als Christ und glaubt wahrscheinlich an Wunderheilungen. Also er versucht bei Menschen, die besessen sind von Dämonen, die Hand aufzulegen und sie dann von bösen Geistern zu befreien. Auf genauere Details werden wir gleich noch im Laufe des Videos eingehen, deswegen keine Sorge. Aber ich habe im Zuge der letzten Tage mehrere Nachrichten bekommen, woher denn dieses Denken von Torik überhaupt kommt. Und da mich das auch interessiert hat, wie Torik so krass abdriften konnte, habe ich mich auf die Suche begeben und bin auf äußerst schwierige Dinge gestoßen, die aber sein Verhalten mehr als begründen. An der Stelle aber erstmal folgendes, Torik ist nicht irgendwie Mitglied einer richtig anerkannten Sekte, er ist halt weiterhin Teil des christlichen Glaubens. Ich habe das Wort jedoch genutzt, da die Strukturen ziemlich radikal sind, jedoch muss man halt den normalen Christentum, wie wir es kennen, ganz klar von dem Christentum von Torik unterscheiden. Aber schauen wir erstmal, wie er überhaupt so werden konnte. Eigentlich ist es ganz easy, denn wenn man einfach mal auf Instagram sieht, wen er eigentlich folgt, dann folgt er einer Seite ziemlich oft. Und zwar ist es die Awakening Church und als ich dann über diese Art von Gemeinde recherchiert habe, dann war mir eigentlich alles klar. Denn Awakening Church glaubt mehr oder weniger an Wunderheilungen und das alles natürlich durch den Heiligen Geist. Also wenn sie jetzt eine Hand auflegen, dann befreien sie nicht diese Person, sondern der Heilige Geist befreit sie. Dass sie hier auch sehr wahrscheinlich mit den Schmerzen von Menschen spielen, um sie für sich zu gewinnen, das ist erstmal Nebensache. Und damit ihr wisst, wie groß der Einfluss auf Torik sein muss, gehen wir doch einfach mal rein ins Thema. Denn Torik hat ja offenbar ein großes Problem mit Homosexualität. Und worum er so denkt, das schauen wir uns gleich genauer an. Hey, dieses Video ist für jeden, der mit Homosexualität struggelt und der davon frei werden will. Wenn du mit Homosexualität strugglest und davon frei werden willst, dann bitte doch das mit mir. Wir alle wissen, dass die LGBT-Community unter dem Namen von Toleranz und Akzeptanz die Jugend indoktriniert mit Unwahrheiten, welche gottlose Gesinnungen hervorrufen. Ich kann dir objektiv sagen, dass Lügen ist nicht richtig, Stehlen ist nicht richtig, Homosexualität ist nicht richtig, Pädophilie ist nicht richtig und Juden zu töten ist auch nicht richtig. Wenn ihr Bock habt, einen Typen zu bumsen und ihr auch Bock auf euch habt und ihr seid ein Typ, geh auf heut. So eklig. Straight up, wenn ich das so sage, straight up. Ja, Homosexualität ist nicht normal und du kannst davon frei werden. Doch warum hat er so ein großes Problem mit Homosexualität, habe ich mich dann gefragt. Ich meine, die Bibel sagt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Deshalb sollte er ja eher tolerant gegenüber LGBTQ sein und sie auch nicht als etwas Unnormales bezeichnen. Aber woher kommt denn eigentlich genau dieses Denken? Denn ich persönlich habe in zwölf Jahren Christentum nicht mitbekommen, dass man Homosexuelle abstoßen sollte oder sagen sollte, die seien unnormal. Liegt das jetzt hierbei vielleicht an der Awakening Church und was sie dir als Wahrheit eintrichtern wollen? Kurze Info, die Awakening Church wurde in Deutschland gegründet, um Europa zurückzuerobern. Allerdings entstand diese nur durch eine Gemeinde in Amerika. Deshalb wurden viele Menschen nach Deutschland eingeflogen, die sollten sich dann hier verbreiten, um dann natürlich auch die Botschaft Gottes zu vermitteln. So und jetzt, wo ihr wisst, dass das Ganze ursprünglich aus Amerika kommt, hören wir uns doch einfach mal einen Erfahrungsbericht eines ehemaligen Mitglieds dort an. Und mal schauen, was sie zum Thema Homosexualität sagt. Gegen Homosexualität bietet Bethel eine Lösung an. Das sogenannte Sozo, ein Ort der Errettung und Heilung. Homosexualität ist eine sehr große Sache und dass die Gemeinde so ein Ministry hatte, wo ja im Endeffekt Dämonen ausgetrieben wurden, weil die glauben, dass halt Homosexualität nicht von Gott ist und dass das auf jeden Fall ein Dämon ist oder mindestens irgendeine Verletzung oder so. Und das muss geheilt werden bei einem bestimmten Freund, der würde da hingeschickt und hat immer wieder Termine bei Sozo gemacht. Also es würde einfach sehr danach gefallen, was für Traume hast du denn heute in deinem Leben? Lass uns mal das alles hochbringen, ohne dass wir überhaupt dafür ausgebildet sind. Und das hat ihn voll fertig gemacht. Also es wird in Amerika mehr oder weniger verdeutlicht, dass Homosexualität eine Art Krankheit ist und man sie heilen muss, beziehungsweise Menschen davon befreien soll. Und das ganze Geschwafel kommt dann natürlich auch rüber nach Deutschland. Und genau deshalb brauchen wir uns auch nicht wundern, weshalb Torik auch genau dieser Ansicht ist, wenn ihm das so beigebracht wurde. Und damit ihr nun seht, wie wichtig die Homophobie zu sein scheint, schauen wir einfach mal an, was Chris Müller außerdem noch herausgefunden hat. Und natürlich haben wir Bethel in den USA auch eine Konfrontation geschrieben und auf die Fragen kam tatsächlich nicht so viel zurück, bis auf die Frage zum Thema Homosexualität. Da haben sie uns eine Website geschickt, den haben wir euch auch im Beschreibungstext verlinkt. Und wenn man sich das mal durchliest, dann steht da erstmal drin, Gott liebt alle. So, aber je weiter man liest und liest und weiter runter scrollt, der Text ist ziemlich lang, dann steht da immer mehr drin. Für Bethel gibt es nur Mann und Frau. Gott hat in der Bibel klare Regeln zur Sexualität gegeben. Es gibt bei Bethel auch Leute aus der LGBTQ-Community, aber wegen all den oben genannten Punkten haben sich diese Personen wieder für einen anderen Lebensstil entschieden. Also ihr merkt, das Thema Homosexualität scheint so wichtig zu sein, dass man wirklich bloß auf diese eine Frage antwortet. Und selbst dort versucht man das Ganze noch als etwas Unnormales darzustellen. Und da Torik der Awakening Church mehrfach auf Instagram folgt, sowie auch den Gründer davon, können wir nur erahnen, weshalb er dieses Gedankengut hat. Wie gesagt, bringt bitte nicht diese Awakening Church mit dem normalen Christentum in Verbindung, weil sich vor allem auch super viele freie Christen davon distanzieren. So gibt es beispielsweise auch offene Christen, die einfach mal die Awakening Church besucht haben und dort bei einer Art Predigt dabei waren. Und dort wurde folgendes geschildert. Stefan schrieb am 23. März. Ach ja, Awakening Europe 2021 war Ben Fitzgerald auch in Feldkirchen bei München. Und weil ich ja durchaus offen bin, beziehungsweise sein will, für das Wirken des Heiligen Geistes war ich an allen drei Tagen mit dabei. Am letzten Tag gab es eine längere Anbetungszeit, während Ben und sein Team durch die Reihen gingen und für einzelne Teilnehmer händauflegend betete. Einige fielen daraufhin um, machten seltsame Bewegungen und Lautäußerungen oder ruhten im Geist. Als Ben zu mir kam, sich dann aber nach einiger Zeit nichts tat, übte er mit der Hand einen ziemlichen Druck auf meinen Oberkörper aus. Hätte ich dem nachgegeben, wäre ich sicherlich auch umgefallen, aber halt durch Ben und nicht durch den Heiligen Geist. Was ich damit nur sagen will, ich habe den Eindruck, dass hier auch viel mit Psychologie und Manipulation gearbeitet wird. Natürlich möchte und kann ich anderen, die tatsächlich etwas erlebt haben, ihre Erfahrungen nicht absprechen. Nun ja, irgendwie passt das halt ziemlich gut. Denn diese Heilungen bzw. Befreiungen, die nichts anderes als Exorzismus sind, wirken mir halt hart nach Paulaner Gartengeschichten. So habe ich mir auch einfach mal die Holy Spirit Veranstaltung auf YouTube gegeben und da sah ich folgendes. Nur kurz zur Info, die Frau, die dort geheilt werden soll, die hatte irgendwie Augenschmerzen, zumindest irgendwo in der Gesichtspartie hatte sie Schmerzen. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Wir preisen dich, dass du diese kleinen Dinge kennst, aber sie sind nicht klein für dich. Danke, mein Vater. Wir befehlen, die Schmerz jetzt zu verlassen. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Danke, Gott. Danke, Gott. Check this girl. Ask her to check her side. Ask her to check. I believe it's gone already. Put both your hands up in the air if it's gone. Is the pain gone? Can you move like this? Can you move like this? It's completely gone? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, precious Holy Spirit. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. Josie. Johanna. How's this girl going? Josie. Johanna. Johanna. How's this girl going? Ask her. Still there, but it is. How much besser? Wie viel besser? Wie viel besser? How much? She said the pain was an eight. Now it's a four. Sie hat gesagt, der Schmerz war eine acht. Und jetzt ist es bei vier. Hm, da hat das Eintrichtern. Das ist doch so gut gewirkt und geheilt hat. Ja, doch nicht so viel gebracht. Aber hey, die Leute, die sollten dann im Raum auch alle für sie beten, dass die Schmerzen wirklich komplett weggehen. Übrigens wird einem dort auch mehr oder weniger ein Stück weit verdeutlicht, dass wenn es mit der Heilung bei einem selbst nicht klappt, man einfach nur nicht stark genug an Gott glaubt oder man das halt einfach öfters versuchen solle. Denn je stärker die Bindung zu Gott, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du geheilt wirst. Was ist mit Leuten, die krank sind und nicht geheilt werden? Es hängt an deinem Glauben. Und wenn du das jetzt nicht geschafft hast, dann schaffst du es vielleicht das nächste Mal, wenn du dich noch mehr in die Gruppe hineinbringst, wenn du selbst noch missionierst, wenn du andere noch einbringst. Also wenn dein Glauben stark genug ist. Also je stärker der Glaube, desto höher die Wahrscheinlichkeit der Heilung. Hm, also das wirkt mir schon ein Stück weit gefährlich, wenn ihr mich fragt. Und hier werden ja auch offensichtlich psychologische Tricks angewendet, um es nur zu tun, als würde der Heilige Geist gerade bei irgendjemand etwas bewirken und dann würde man zittern oder umfallen und so weiter. So konnte übrigens auch Ben, also der Gründer von Awakening Church, einen älteren Herrn durch den Heiligen Geist Jesu befreien. ...deinem rechten Knie. Und es ist sehr schlimm. Du hattest dieses Problem seit Jahren. Hier in deinem rechten Knie. Wer ist dieser Mann? Lass uns das wehen. Vater, wir bedenken dich für diesen Mann. Vater im Himmel, wir beden. Dass du die Schmerzen entfernt von diesem Knie. Dass du den Muskel heilst. Und ich sehe einen Knochen, der am... ...Bone Spur, wo der Knochen gebrochen ist. Vater, wir beten in Jesus' Namen. Die komplette Heilung. Dass der Heilige Geist, dass du heute Morgen hier Wunder tust. Im Namen Jesus. Raus in Jesus' Namen. Raus in Jesus' Namen. Raus in Jesus' Namen. Raus in Jesus' Namen. Und wer hätte es gedacht? Natürlich wurde der ältere Herr direkt befreit. Und kann sogar springen. Der Mann mit dem rechten Knie. Ist das geheilt? Ist du geheilt? Kannst du es bewegen? Yes! Halleluja! Das muss Jesus sein. Das muss Jesus sein. Hey, du kannst nie so wie das gehen. Du kannst es vorher nicht so hüpfen, oder? So, wenn es geheilt ist, weißt du, es war Gott. Könntest du vorher hüpfen? Er konnte nicht mal stehen. Okay, noch einmal. Halleluja! Halleluja! Come on! Warte, was? Also offensichtlich legt er hier den Mann die ganze Zeit die Worte in den Mund. Der Herr hat ja eigentlich so gar nichts gesagt. Aber hat dann auf einmal Schmerzen im rechten Knie. Und außerdem ist mir aufgefallen, das stimmt nicht mal, was dort gesagt wurde. Denn Ben meinte hier, dass er ja nicht stehen konnte. Er konnte nicht mal stehen. Ah ja, deswegen stand er auch schon eine Stunde zuvor, vor der Band und tanzte dort mit. Er liebt es, sein unkrieges Herz zu hören. Just a little longer. Sag mal, wen wollten wir hier eigentlich verarschen? Bei der einen sagt ihr, dass ja jetzt alles gut ist und sie müsste auch geheilt sein. Kurz danach kam der Schmerz aber plötzlich wieder, wurde aber von einer Acht eine Vier. Und bei dem Herrn erzählt man hier einfach irgendwelche Geschichten aus dem Paulaner Garten. Also ich glaube eher weniger an Wunderheilungen. Ganz im Gegenteil, mir wirkt das so, als würde man hier mit psychologischen Tricks spielen, um nur für eine kurze Zeit eine Art Wirkung zu spüren. Also genau das Gleiche mit diesen angeblichen Befreiungen von Torik. Daraufhin musste ich Befreiungen an ihm machen. Ihre Augen haben sich nach hinten gerollt und sie wurde freigesetzt durch die Kraft von Jesus Christus. Er spielt auch immer sehr viel mit diesen komischen Bewegungen, die Menschen dann machen während der Befreiung. Ich meine, plötzlich zittern die, dann rollen die Augen nach hinten und so weiter. Und das sieht mir halt jetzt nicht danach aus, als wäre das eine Art Dämonenbefreiung, sondern als wäre das eine Art Schutzmechanismus des eigenen Körpers, weil es mit der Situation vielleicht nicht klarkommt. Es ist noch nie in meinem Leben oder um mich herum passiert, dass jemand wirklich geheilt wurde. Die sagen ja von der Bühne so, ja, hier haben wir einen Bericht, jemand wurde geheilt und so. Aber gefühlt hat keiner wirklich so persönlich in Kontakt mit diesem Bericht, mit diesen Menschen, die geheilt wurden. Dieses auf den Boden fallen oder zittern oder einfach loslachen oder sich wirklich wie Tiere verhalten. Es wird gesagt, dass es weil Gott so groß und mächtig ist, dass wir nichts dagegen machen können, wenn er uns berührt. Ich bin ja auch einer, die hingefallen ist, weil ich mir dachte, ich will das einfach so sehr. Ich will, dass Gott wirklich real ist, dass er in mein Leben reinspricht, dass ich besonders bin. Und es kann jetzt nicht sein, dass ich jetzt falsch liege, weil ich mein ganzes Leben hier reingegeben habe. Ich persönlich sehe das als extrem gefährlich an. Denn das hier sind ja keine professionellen Psychologen oder Hypnotiseure, sondern es sind einfach nicht ausgebildete Menschen, die Dämonenbefreiung durchführen. Und zusätzlich spielt man auch noch mit den Ängsten und Krankheiten von Menschen. Übrigens stand auch schon die Awakening Church in der Kritik, weil sie der Überzeugung waren, dass ein krebskranker Mensch einfach so geheilt wurde. Und das im Namen Jesus Christus. Dafür teilten sie sogar der Öffentlichkeit eine Art ärztliches Dokument. Jedoch kam halt später raus, dass dieser Arztbrief gefakt war. Awakening Church äußerte sich dann auch damit, dass sie hinter sich geführt wurden. Also sie wurden verarscht, wussten nicht, dass es fake ist und haben dann auch alle Beiträge dazu gelöscht. Und um natürlich noch mehr Menschen für sich zu gewinnen, waren sie übrigens auch an der ukrainischen Grenze. Denn Menschen in der Not kann man halt ziemlich gut beeinflussen, in meiner Wahrnehmung. Generell fiel mir auch eine Sache auf. Bei diesen Holy Spirit Predigten waren irgendwie erstaunlicherweise viele Menschen dort, die Probleme in der Ehe haben oder auch Krankheiten haben. Wie kommt das nur, dass ausgerechnet dort so viele kranke Menschen und Menschen mit Problemen rumlaufen? Kann es sein, dass die Leute dort hingehen, weil sie hoffen, dass sie dort geheilt werden und keinen anderen Ausweg mehr sehen? Ich persönlich habe halt genau das Gefühl. Sie merken vielleicht, dass es keine andere Option oder keine Hilfe mehr gibt und genau deswegen wird dann dieser spirituelle oder religiöse Weg gewählt. Und das nimmt diese Kirche natürlich super gern an, denn jedes Mitglied mehr ist ein weiterer Schritt zur Eroberung Europas. So berichtete ein ehemaliges Mitglied folgendes. Ich war als Kind schon depressiv. Dann war ich auf der Konferenz und dachte, die können mich jetzt heilen. Sie haben ein Gebet gesprochen für alle. Ich dachte, ich hätte irgendwas gespürt und bin nach vorne zur Bühne gegangen. Da haben sie mich gefragt, wovon ich geheilt wurde. Und ich habe gesagt, Depressionen. Aber natürlich war ich nicht geheilt. So ging es los, als wir wiederkamen. Ich war nicht nur Mitläuferin, ich war vorne mit dabei. Bei Awakening Europe war ich nur bei dem ersten Event in Nürnberg. Das Stadion war nicht so voll, wie man glauben mag. Viele Leute waren in Ekstase. Es gab wenig Programm, weil man sich vor allem auf den Heiligen Geist verlassen wollte. Dann war da ewig emotionale Musik. Leute weinten und beteten in Sprachen und schrien. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Das war selbst mir zu viel damals. Und ich war ja auch ein bisschen so drauf. Da war extrem viel Heiliger Geist geredet. Sehr viel geistige Kriegsführung. Und es waren die ganz Großen da, wie die Band Jesus Culture. Ja, und Leute, die dann merken, dass da ja eigentlich gar nicht so viel passiert und das meiste nur Show ist, die gehen am Ende des Tages halt wieder. Eine Sache, die mir außerdem noch aufgefallen ist, war diese Aussage von Torik. Ich erzähle dir was, was mir vor, ich weiß, nee, nicht letzter Samstag, vorletzten Samstag. Wir sind in die Stadt gegangen und Gott hatte mir gezeigt, vor, dass wir in die Stadt gehen, dass wir eine Frau kennenlernen, die 1,60 Meter ungefähr groß ist und die depressed ist. Später haben wir die auch kennengelernt. Ich habe angefangen, Befreiung über ihr auszubeten. Sie hat angefangen, einen unreinen Geist zu manifestieren. Wir haben in der Stadt ein Mädchen getroffen und ein Freund von mir hatte den Eindruck, dass sie mit Suizid zu kämpfen hat. Wir sind zu ihr hingegangen und wir haben zu ihr gesagt, hey, Gott hat uns gezeigt über dir, dass du manchmal mit diesen Gedankenstruggles stimmt das. Die meinte, ja, das stimmt. Wir haben angefangen, für sie zu beten. Und sie meinte, wow, irgendwas hat meinen Magen verlassen und wir kannten diese Person gar nicht. Und sowas passiert mir andauernd. Das erinnert mich auch stark an eine Aussteigerin von Awakening Church. Diese schilderte nämlich solche Szenarien. Auf der Jesus Culture Conference wurden die Leute auf die Straße geschickt, um zu heilen. Das ist immer Teil dieser Konferenzen, auch bei der Awakening Europe Konferenz in Nürnberg. Sie wollten zeigen, dass man heilen kann. Dann geht man raus in Gruppen, spricht Menschen auf der Straße an und betet für sie. Als wir wieder kamen, gab es einen Zeugnisteil und dann kamen viele auf die Bühne und erzählten, dass es Heilungen gab oder jemand bekehrt wurde. Das sollte ermutigen. Es wurde diese wahnsinnigen Geschichten erzählt und man sitzt da und denkt, krass, warum habe ich das nicht erlebt? Vielleicht liegt das daran, dass die Geschichten aus dem Paulaner Garten unendlich groß sind. Und es zeigt vor allem, dass sie wirklich so vorgehen, wie dieses ehemalige Mitglied es hier beschreibt. Ich persönlich sehe genau diese Strukturen und dieses Verhalten als extrem gefährlich an. Das, was Torik die ganze Zeit von sich gibt, ist leider genau das, was Awakening Church beschreibt. Menschen wie er sind bereits schon auf der Stufe, um Hände auf Betroffene aufzulegen, um sie von Dämonen oder bösen Geistern zu befreien. An der Stelle möchte ich aber auch nochmal Rezo Pops geben. Der hat in seiner Reaction und auch schon in seinem ersten Video, wo Torik mit drin vorkam, ziemlich gut aufgezeigt, weshalb das Christentum eigentlich keine schlimme Religion ist. Menschen wie Torik oder Ben haben ihre ganz eigene Version vom Christentum, von Religion, vom Glauben. Und sie denken, ihre Version ist die einzig richtige und sie müssen es jedem unter die Nase reiben. Und das zieht diese Religion halt momentan massiv in den Dreck. Hier möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen, glaubt an, was ihr wollt. Jeder kann das so ausleben, wie er möchte, solange er aber niemandem damit schadet. Jedoch ist ab dem Zeitpunkt, bei welchem man Menschen ausnutzt oder wirklich Schaden hinzufügt, eine Grenze erreicht, die nicht mehr zulässig sein sollte. Und diese Grenze wird in dieser Form meines Erachtens nach hierbei ganz klar überschritten. Sowohl Torik als auch Awakening Church sehe ich anhand der gezeigten Beispiele als extrem kritisch an. Und wenn man sich einfach mal den gesamten Bericht von Madwatch durchliest, dann merkt auch der Letzte, dass das Ganze gar nicht so geil ist, wie es eigentlich dargestellt wird. Die Links zu dem Artikel oder auch zu dem Video von Chris Müller sind selbstverständlich unten in der Beschreibung. Auch nochmal ganz große Props oder auch Credits gehen raus an Chris. Der hat dazu ein richtig gutes Video gemacht, wovon ich auch viele Informationen habe. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Art der Aufklärung hier in diesem Video gefallen hat. Wenn ja, lasst super gerne ein Like da. Das war äußerst schmerzhaft das Thema, aber war auch sehr interessant gewesen. Und wenn ihr selbstverständlich immer up to date bleiben wollt und auf solche Art von Videos steht, dann lasst gerne ein Abo da. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und es würde mich auch in dem unterstützen, wofür ich hier die Videos mache. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Ich denke dir an das Wängchen. Euer Alpha Kevin und ciao. Euer Alpha Kevin und ciao.